Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Lehrmittelpräsentation von Mathematik 1 bis 3, Sekundarstufe 1. In diesem Teil erfahren Sie, wie es gelingt, mit Mathematik kompetenz- und handlungsorientiert zu unterrichten. Sie sehen zuerst die Lehrmittelteile im Überblick, bevor ich Ihnen dann jedes Einzelnen etwas näher vorstelle. Das Leitmedium ist das Themenbuch. Es ist in gedruckter sowie in digitaler Form erhältlich. Die Arbeitshefte sind niveau-differenziert, wobei das Anforderungsniveau 1 das höchste ist. Unten links sehen Sie das Begleitheft. Das Webportal ist lizenzfrei und kostenlos. Für Lernende, die sich auf eine Berufslehre vorbereiten wollen, gibt es das kostenlose Online-Angebot auf dem Weg zur Berufsschule. Das Lehrmittel ist seit Erscheinen durch weitere Zusatzangebote ergänzt worden bzw. es wird im Sommer 2021 weiter ergänzt werden. Auf diese Zusatzangebote gehe ich im dritten Teil der Präsentation ein. Was sind die Lehrmittelteile für die Lehrpersonen? Da ist einerseits das Handbuch, der Lösungsordner zu den Arbeitshälften, dann unterhalb abgebildet das Webportal. Wahlweise können Lehrpersonen auch mit einem digitalen Themenbuch arbeiten und mit einem digitalen Handbuch. Der Lösungsordner ist nur als Printmedium erhältlich. Nun darf ich Ihnen das Themenbuch in seinem Aufbau und Inhalt vorstellen. Sie sehen hier die Themenbücher für alle drei Jahrgänge. Im ersten Teil der Präsentation haben Sie erfahren, dass die Lernstruktur dem Viererschritt nach Hans Eppli folgt. Das sogenannte EFTA-Modell. Im Themenbuch erfolgt der Einstieg in neue Themen oder in vertiefende Sachverhalte. Rund um eine zentrale Fragestellung wird untersucht und geforscht. Im Austausch untereinander wird das Argumentieren, Erklären und Zuhören geübt. Zentral bei den Einstiegsaufgaben ist, dass individuelle und inhaltlich korrekte Einsichten, Erkenntnisse und Denkstrukturen aufgebaut werden. Es geht darum, dass die Lernenden verstehen. Die Rolle der Lehrperson ist hier wichtig. Sie arrangiert die Lernangebote, moderiert, regt die Lernenden an und hilft beim Auswerten der individuellen Lösungsideen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen die mathematikdidaktischen Leitideen darlegen, welche dem Lehrmittel zugrunde liegen. Mathematik soll einen Beitrag zur Lebensbewältigung leisten. Das gelingt nur, wenn Bezüge zum Alltag hergestellt werden. Handlungsorientierung und forschendes Lernen ermöglichen die individuelle Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Vollständig sind Lernprozesse dann, wenn die Lernenden ein tragfähiges Wissensnetz aufbauen, das sie erfolgreich anwenden können. Dafür brauchen sie ausreichend Gelegenheit, ihr neues Wissen einzuüben, zu erweitern und zu vernetzen. Aufbau individueller, sachlich korrekter Grundvorstellungen bezüglich mathematischer Begriffe und Operationen Wechsel der Repräsentationsformen spielen beim Aufbau von Grundvorstellungen eine besondere Rolle. Handlungsbezogene Aufgaben, Wissensvermittlung durch Bilder und Grafiken sowie formales Operieren und Anwenden mathematischer Modelle wechseln sich daher ab. Um Sicherheit und Routine zu erlangen, braucht es intensives und häufiges Üben. Vielfältige Übungsformate verhindern das Aufkommen von Langeweile und Widerwillen. Lernen ist ein individueller und konstruktiver Prozess. Die Lernangebote und vielfältigen Übungsformate in Mathematik tragen diesem Umstand Rechnen. Das Lernen ist in Mathematik-Spiral-Curricula aufgebaut. Lehren und Lernen im Mathematikunterricht ist immer auch an Sprache gebunden. Durch die Auseinandersetzung mit mathematischen Fragestellungen erhalten die Jugendlichen die Chance, ihren Wortschatz zu erweitern, Sinn und Bedeutung von Texten zu erfassen, Handlungsanweisungen umzusetzen und Überlegungen zu verschriftlichen. Das Autorenteam von Mathematik war sich der Bedeutung von Sprache für den Mathematikunterricht bewusst. Deshalb arbeitete es eng mit einem Linguistikexperten der Pädagogischen Hochschule Zürich zusammen. Die Sprache in Mathematik ist in Bezug auf Komplexität, Syntax und Vokabular Niveau differenziert angepasst. Handlungsleitend für das Lehrmittel ist der Grundsatz Sprachförderung durch Mathematik ohne Mathematikbehinderung durch Sprache. Ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis. Hier sehen Sie einen Ausschnitt. Die synoptische Darstellung der verschiedenen Medien ermöglicht eine rasche Orientierung. Ich stelle Ihnen nun eine Aufgabe aus dem Themenbuch vor, aus dem Unterkapitel Negative Zahlen. Die Lernenden dürfen das Kontospiel spielen. Ein Schüler oder eine Schülerin beginnt und würfelt. Die blauen Flächen sind zumindest auf den ersten Blick positive Seiten. Man darf etwas nehmen. Auch die Gewinnscheine sind blau und zeigen ein lachendes Smiley. Wie hier im Beispiel gezeigt, kann es aber auch sein, dass man Verlustscheine aufnehmen muss. Der oder die Lernende nimmt also die Scheine vom Stapel und legt sie auf den eigenen Stapel. Im Anschluss wird das Protokoll ausgefüllt und für die nächste Runde wird der neue Kontostand übertragen. Jetzt kommt der Partner dran mit Spielen und so weiter. Was Sie hier sehen, ist dieselbe Aufgabe im digitalen Themenbuch. Ich zeige Ihnen dies hier zum Vergleich. Was die Inhalte angeht, so sind sie im gedruckten Lehrmittel wie im digitalen gleich. Was Ihnen das digitale Themenbuch an möglichem Vorteil bietet, ist der direkte Zugriff auf die Arbeitsmaterialien. Wenn ich jetzt auf dieser Seite herunterscrolle, komme ich zu diesem Symbol. Ein A für Arbeitsmaterialien. Dahinter verbirgt sich ein PDF mit einem Arbeitsblatt zum Thema. Die Lernenden können also zum Beispiel auch von zu Hause aus auf diese Materialien zugreifen. Wenn Sie mit der gedruckten Version arbeiten, haben nur Sie als Lehrperson Zugang zu diesen Arbeitsblättern. Diese finden sich in Ihrem Handbuch als Kopiervorlage. Die Darstellung im digitalen Themenbuch ist webbasiert und enthält keine Medienbrüche. Die Lernenden können auf allen gängigen elektronischen Geräten darauf arbeiten, sei es an einem Computer, Tablet oder Smartphone. Lernen Sie nun die Arbeitshefte kennen. In den Arbeitsheften finden sich niveau-differenzierte Aufgaben zur Vertiefung, zum Training und zum Anwenden der neuen Wissensstrukturen, EFTA. Vertiefen durch weitergehende Überlegungen. Die Fragestellungen werden variiert und weitere Sachverhalte untersucht. Dadurch wird die neue aufgebaute Struktur in das individuelle Wissensnetz eingebunden und so in einem grösseren Zusammenhang umfassender, sprich tiefer und breiter verstanden. Trainieren von mathematischen Fertigkeiten und die Anwendung in weiteren Stoffgebieten der Transfer. Auch hier hat die Lehrperson eine wichtige Rolle. Sie begleitet, unterstützt und coacht. Der Lernprozess wird vom steten Wechsel zwischen Themenbuch und Arbeitsheft geprägt. Damit das enge Zusammenspiel zwischen Themenbuch und Arbeitsheft problemlos gelingt, wurde das System der Aufgabenummerierung wie folgt gestaltet. Die Nummern im Themenbuch sind immer natürliche Zahlen. Die Aufgabennummern der Arbeitshefte sind dezimalklassifiziert. Die Ziffer vor dem Dezimalpunkt stellt den Bezug zur Themenbuchaufgabe her. Hier wäre es die Aufgabe 7. Die Ziffer nach dem Dezimalpunkt zeigt die Position dieser Arbeitsheftaufgabe innerhalb der Aufgabengruppe 7. Die Anlage der Aufgaben im Arbeitsheft ist schülerorientiert. Die Lernenden sollen in der Lage sein, sie möglichst selbstständig oder partnerschaftlich zu bearbeiten. Der Bildschirm ist ein Hinweis darauf, dass es auf der Webplattform zusätzliches Arbeitsmaterial zu dem Thema gibt. In diesem Fall ein Arbeitsblatt wie angegeben. Der Pfeil hinter der Aufgabennummer weist darauf hin, dass die Aufgabe in ein Extraheft gelöst werden soll. Im Arbeitsheft Niveau 1 gibt es Aufgaben zum Tüfteln für Schnelle und Interessierte. Die Lösung rechts ist hier eingefügt und befindet sich in Wirklichkeit im Lösungsordner. Übrigens mit zwei weiteren Lösungswegen für diese Tüftelaufgabe. Bei der Entwicklung der Aufgaben wurden die Handlungsaspekte und Kompetenzbereiche, welche Sie der Lehrplan 21 vorsieht, stets umgesetzt. Ich zeige Ihnen nun an einem Beispiel, wie Hier sehen Sie ein Aufgabenbeispiel zum Kompetenzbereich Zahl und Variable und dem Handlungsaspekt Mathematisieren und Darstellen. In der Aufgabe A ist die zentrale Tätigkeit Gesetzmäßigkeiten beschreiben. In B Zahlenfolgen konkretisieren, funktionale Zusammenhänge erforschen. In C Mathematisch für allgemeinern, Terme konkretisieren. In Aufgabenbeispiel 2 zum Kompetenzbereich Form und Raum und dem Handlungsaspekt Operieren und Benennen sind die zentralen Tätigkeiten in A Figuren und Körper zerlegen und zusammensetzen. In B Begriffe und Symbole verwenden und erklären. In C Ergebnisse beschreiben und begründen Integraler Bestandteil von Mathematik ist das Webportal Der Einsatz elektronischer Lernangebote wurde vom Projektstart an konsequent mitgedacht und realisiert. Die Benutzung des Webportals ist kostenlos und lizenzfrei. Sie finden es unter der Internetadresse www.mathematiksec1.ch Die Geometrie-Applets lassen sich ohne Programmunterstützung mit jedem gängigen Webbrowser öffnen. Die Frage, was geschieht, wenn, kann mit Geometrie-Applets individuell dem eigenen Lernrhythmus entsprechend untersucht werden. Ich zeige Ihnen als Beispiel ein Geometrie-Applet zur achsensymmetrischen Figur. Ich zeige Ihnen als Beispiel ein Geometrie-Applet. Wichtige arithmetische und algebraische Fertigkeiten können mit dem Trainer anhand von neuen Aufgaben trainiert und automatisiert werden. Mit dem Trainer lassen sich mit den beiden einfachen Funktionen Rechts, Arbeitsblätter und Tests herstellen. Die Zahl der Aufgaben können Sie selbst festlegen. Auch für Sie als Lehrperson ist das ein praktisches Tool. Der Aufgabenspeicher ist so umfangreich, dass Sie keine Sorge haben müssen, dass die Lernenden genau diese Zusammenstellung an Aufgaben schon kennen. Im Gegenteil, die Lernenden können mit derselben Funktion arbeiten, für sich selbst Blätter generieren, wenn Sie das wollen und sich so optimal auf Tests vorbereiten. Sie haben als Lehrperson übrigens keine Funktion auf dem Webportal, welches nur Ihnen vorbehalten ist. Kommen wir nun zu einer Aufgabe aus dem Bereich der Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Drei Jugendliche werfen zwei Münzen. Es geht um zweimal Kopf oder zweimal Zahl oder je eine Seite. Je nach Wurf gewinnt eine oder einer der Jugendlichen. Nun sollen die Lernenden erst einmal vermuten, wie sich das Spiel entwickeln wird. Dann spielen Sie selber, also wieder Handeln als Ausgangspunkt auf dem Weg zur Denkstruktur. Zuletzt vergleichen Sie die Resultate und versuchen daraus abzuleiten, wie groß die Wahrscheinlichkeit einer jeden Wurf-Variante ist. Der kleine Bildschirm am Ende der Übung zeigt, dass auf dem Webportal dazu ein Angebot besteht. Mit Hilfe der Simulation können die Lernenden das Experiment im Nachgang so lange wiederholen, wie sie möchten oder brauchen, um eine Erkenntnis daraus zu gewinnen. Sie sehen, man kann die Wurfzahl eingeben. Die Funktion Weiter verdoppelt die Wurfzahl noch einmal. Verdreifacht sie. Ich kann aber auch gleich eingeben 1000 Würfe, um zu sehen, was passiert. Oder 2000 oder so viele ich möchte. Das Begleitheft habe ich Ihnen unter dem Stichwort Innovationsmerkmal bereits kurz vorgestellt. Werfen wir nun einen Blick in dieses Heft und seinen Aufbau. Parallel zur Entwicklung mathematischer Kompetenzen wird die Entwicklung der metakognitiven Dimension gefördert. Den Schülerinnen und Schülern steht in Form des Begleithefts ein Printmedium zur Verfügung, das einerseits die mathematische Theorie stufengerecht darstellt und andererseits Raum bietet zur Verschriftlichung der eigenen Lernwege durch Dokumentation, Reflexion und Vernetzung. Es kann auch für das individuelle Portfolio verwendet werden. Das Begleitheft enthält linksseitig die schülergerechte Theorie. Das Verstehen dieser Theorie bildet den Abschluss, nicht den Anfang des Lernprozesses. Die rechte Seite des Begleitheftes ist leer. Sie bietet Raum für das Dokumentieren und Reflektieren des Lernprozesses sowie für eigene Ideen und Gedanken in diesem thematischen Kontext. Die Praxiserfahrung zeigt, dass der sinnvolle und lernwirksame Umgang mit dieser neuen Dimension von der Lehrperson angeregt und begleitet werden muss. Die Rolle der Lehrperson ist hier anregen, begleiten und coachen. Damit sind wir am Ende des zweiten Teiles angelangt. Im dritten und letzten Teil dieser Präsentation stelle ich Ihnen die weiteren Lehrmittelteile und Angebote zu Mathematik vor. Das Handbuch, den Lösungsordner und die Bezugsvarianten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.